Die Erwartung, die ich an mich habe, ist, mich in vielen verschiedenen Medien und Techniken auszudrücken, wobei ich irgendwie die Vorstellung habe, dass alle diese Dinge, die ich mache, im Hintergrund durch ein gemeinsames Thema zusammenhängen. Und dieses gemeinsame Thema könnte vielleicht der Begriff der Falte sein. In der Falte überlagern sich Inhalte, überlagern einander, aber sie sind auch mit sich selbst überlagert und diese Überlagerung von Wahrnehmungsversionen, sage ich jetzt einmal, die sich in der Falte eignen, das ist also für mich ein generelles Thema, wobei das eher eine Metapher ist, die mir vielleicht den Einstieg in bestimmte Ideen, die noch so vage sind oder so ermöglicht, dass ich also darüber nachdenke, wie verhält sich das zu meinem Faltethema. Konkret gibt es in der Ausstellung Fotoarbeiten, dann gibt es Fotoskulpturen, eine Skulptur, die einen Ortsbezug hat und eine Videoarbeit.